So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ronny in Forms Weltreise. Heute sind wir in der arabischen Liga, Saudi-Arabischen Liga, ich weiß nie wie ich sagen soll. Wir sind in der arabischen Liga, schon mal viel besser als die irische Liga, also von den Spielern her. Die irische Liga hat in den letzten Spiel zerberstet. Die spielen zum ersten Mal mit einer 4-5-1-Formation, also spielen wir Elkabir, Elton, so ein Wernum Spaß, der nur 150 Münzen kostet, damit ich, da muss ich ja sowieso am Ende Ronny hinsetzen. Alabet, ich glaube Aldosari, Wernum Rumäne, der heißt bestimmt auch Al, ja Al-Sharani, bla bla bla, der Torwart ist nicht so gut. Aber es geht, das Team sieht ziemlich gut aus, Elkabir, ich habe von dem saugute Sachen gehört, Elton hat 5-Sterne-Skills, mal gucken, ob der Skills hat, der hat auch 4-Sterne-Skills, 4-Sterne-Weekfoot und der auch, also fast einfach nur eine Skillermannschaft. Ja, das war ein paar Gegner zerbomben. So, da ist der Gegner, ein Foot-Gründer, sein Team heißt Real Madrid, ach du Scheiße, das könnte ja tatsächlich die Real Madrid-Mannschaft sein. Ja, Ronaldo, Mann! Ja, fucking Ronaldo! Fick mein Leben, Alter, was ist das denn? Ich habe eine Silbermannschaft! Man! Eine Minute 50! Ach du fucking Scheiße, Mann! Wieso komme ich gegen Real Madrid-Team? Komm schon, komm schon! Aldosari! Oh mein Gott, ich habe vergessen, den Mensch-Basten auszuwechseln. Ich habe einfach vergessen, diesen Mensch-Basten auszuwechseln! Oh mein Gott, Werni hat das Ding so was von reingehauen? Allah, ich habe... Bats! Lauf, LKW, komm schon! Bitte! 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 Hau das Ding! Er bleibt stehen! Er bleibt stehen! Mann! Er kann einfach durch meine Abwehr durchlaufen! Bringen sie! Hey, ich kann da nichts machen, ne? Dieser Gegner! Was hat der für eine Baunusleitung? Komm schon, LKW! LKW! Haut das! Boah, ich habe echt keinen Bock mehr! Ich habe echt keinen Bock mehr, Mann! Ich hasse dieses Spiel! Ach du Scheiße, Mann! 2 zu 0 für den Gegner, ich werde zerstört! Der Gegner, okay, er ist besser, er hat ein krasses Team! Die Verbindung ist scheiße, ich sprich einfach alles für ihn, Mann! Ich habe keine Chance! Oh mein Gott, wenn er jetzt ein Tor macht! Ach du Scheiße! Was können die eigentlich? Geil, wie sieht das aus! Oh mein Gott! Sogar hier langt war besser! Deck mal neben, Mann! Ach du Scheiße, mein Drücker ist jetzt hinten aufgespaltet! Okay, jetzt steht es wieder! Ach, hau ihn einfach um, ja! Hau ihn einfach um! Hau den Spaß einfach mal um! Dankeschön! Ja, er ist skadiert! Yeah! Hau ihn um, Mann! Oh mein Gott, er sweated! Okay, sowas von zurecht abseits! Ach du Scheiße! Er liegt 3-0 vorne! Ich habe eine rote Karte und er sweated! Ist das sein Ernst? Was? Was? Äh, Schiri? Hast du ein paar Komo-Solzuviel? Wie war das der rote Karte? Oh mein Gott! Oh mein Gott, wenn er das jetzt reinmacht! Starte eben, Alter! Wie war das der rote Karte? Keine Innenverteidiger! Keine Innenverteidiger! Keine Innenverteidiger! Dieser Torrad! Ich wurde so zerstört! So, zwei rote Karten, vier Gegentore, noch in meiner Wand! Schickt! Hört sich nach Spaß an, oder? So, ich hoffe es hat euch gefallen! Mir hat es nicht gefallen! Ich sage euch ganz ehrlich, als nächstes kommt Alvinskan, das ist die schwedische Liga! Hoffentlich ist sie ein bisschen kompetenter als dieses Haufen Scheiße da! Ähm, morgen kommt, was kommt denn morgen? Ähm, Peck to Glory oder sowas, bin mir jetzt sicher, was morgen kommt! Und, äh, yo! Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da! Und wenn ihr neue Seiten, weitere Videos oder Ausraster sehen wollt, dann drückt da unten nie an! Yo, dann würde ich eigentlich nichts falsch zu sagen, außer ciao und bis zum nächsten Mal!